so habe ich da jetzt eine falle aufgestellt nein ich kann keine falle hier aufstellen ich habe nie verstanden was am ende so besonders das grün ist so monoton so das waren schon mal ein paar antworte ja wie ihr wünscht lasst sie uns ordentlich verbrechen okay fallen an auf der brücke ist wirklich schön okay ein paar feile und hand ein abwehrtrank weiß feile die verkaufen wir bohrungs feile die können weg weißen feile werden auf verkauft noch mehr tant so damit haben wir die brücke wenn ich irgendwer noch rumlaufen höre pasenspinnen sind definitiv nicht mehr gefährlich hier geht es runter zu nix okay also hier geht es auf jeden fall über die brücke wir können aber erst mal hier unten weiter umsehen würde ich sagen versuch sich im schatten zu verstecken ich glaube der ist tot wenn du in die brücke gull 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 Was ist es, Neera? Nichts zu wichtig. Ich habe nur gefragt, wie du denkst, was wir tun? Als Team, ich meine. Die Gruppe von uns zusammenarbeitet. Ja. Du bist sehr gut, oder? Du machst eine gute Arbeit. Deine Fähigkeiten präsentieren nicht wertvolle. Wirklich? Du meinst das? Das ist... Ich... Ich bin nicht über mich genau. Es war Team, du weißt? Es ist eine gute Team, Neera. Und wir sind froh, dass du Teil davon bist. Ich habe mich nur gefragt, wie wir uns eurer Meinung nach schlagen. Als Team, meine ich. Wir als Gruppe, die zusammenarbeiten. Ja, wir schlagen uns gut, oder? Und Corvin darauf, ihr leistet gute Arbeit. Eure Können erweist sich als außerordentlich wertvoll. Wirklich? Meint ihr das ernst? Das heißt, ich habe mir nicht wirklich Sorgen um mich gemacht. Eher um das Team, wisst ihr? Es ist ein gutes Team, Neera. Wir können uns glücklich schätzen, dass ihr ein Teil davon seid. Ja, Corvin ist sehr nett zu Neera. Zink. Kann nur verwendet werden von... Chaotisch gut, also kann ich nicht mal verwenden. Einmal täglich Massenheilung. Hä? Das Spiel ärgert mich. Oh, ein Nüber. Jetzt auch noch das. Ja, ja, ich bin Nüber. Ich suche nach dem Kreuzzug. Habt ihr den Kreuzzug gesehen? Eine Frau namens Kayla leitet dir den Kreuzzug. So heißt es jedenfalls. Ich wette, ihr habt das ein oder andere Monster getötet. Ih, irgendwas stinkt hier. Habt ihr irgendwelche Verpflegung? Ich habe mein Pferd gesehen mit Reiter und so. Niemand hat mir geglaubt. Ach, ich habe meine Stiefel verloren. Der Kreuzzug wird einen neuen für mich haben. Meint ihr nicht? Ach, er hat nur einen Stiefel verloren. Okay. Sechs Ruten und eine Dohle. Das ist meine Schuhgröße. Mhm. Habt ihr den Stiefel irgendwo gesehen? Und nun? Komische Sache, Stiefel. Und nun? Oh, und ich sehe ihn. Nee, das ist eine Sandale. Und nun? Ich bin schon so weit, diesen Stiefel aufzugeben. Trotzdem danke für eure Hilfe beim Suchen. Später beschäftigt? Ihr scheint eine beschäftigte Person zu sein. Beschäftigte Leute haben immer etwas anderes zu tun. Oh, ich habe die Stiefel zu Hause gelassen. Dann mache ich mich am besten auf den Weg. Ja, tausende Erfahrungen für Nüber. Tschüss Nüber. Oh. Bombardierkäfer. Oh. Oh. Die Bombardierkäfer hier sind zum Glück nicht so schlimm wie die Bombardierkäfer in der Ice with Dale Enhanced Edition. Und ich sage das absichtlich, weil ich habe nicht in Erinnerung, dass sie im normalen Ice with Dale schlimm waren. Die waren das nur in der Enhanced Edition, weil sie irgendwie viel zu oft angreifen konnten. Oh, hier ist eine Kreuzung. Oh, Schrecken 12 und ein Etien. Okay, Schrecken 12 und zwei Etien. Ja, ich sollte die Augen offen halten. Ich brauche ja noch einen Aquamarine, glaube ich, für Kalid. Ich könnte direkt zum Drachenspeer reisen. Auch gut. Burger Berserker. Okay, wegrennen. Worum geht es diesmal? Kurz wegrennen. Nicht gut. Wo war mein letzter Quick-Safe? Hier. Hatte ich ein Auto-Safe? Äh, nein. Ihr braucht nur zu fragen. Oh, hier stehen zwei Leute. Die habe ich gar nicht gesehen vorhin. Horst. Ihr da, ihr seht wie ein Anspruch, wie heißt das Wort, Abenteuer. Das habe ich gesucht. Mein Name ist Horst Werther und das ist meine Frau Stahlia. Könnte ich euch für ein oder zwei Schmuckstücke begeistern vielleicht eine Puppe oder einen Ring? Da sind ja also Händler. Nicht aus freien Stücken. Wir sind das... Wir sind fast der verdammte Kreuzung, der uns gemacht hat. Treibendlos, hungrig und verzweifelt. Bitte her. Wollt ihr nicht etwas kaufen? Äh, zeig mir, was ihr habt. Äh, Gegengift ist kaputt. Isolationstrakt ist auch alles. Im Eimer. Kaufen wir denen mal die beiden ab, weil ich nicht weiß, ob wir sie brauchen könnten. Vielen Dank, werter Herr. Lebt wohl. Okay. Ich kann mich halt wirklich nicht mehr dran erinnern, was Khalid gebraucht hat. Aber gut, in der Richtung gibt es Etins. Das heißt, wir gehen mal die... Also Etins und Ogre-Berserker. Wir gehen also mal diesen Weg lang. Oh. Das ist auch nicht unbedingt viel besser. Okay. nicht nett ich werde mich im handumdrehen darum kümmern ich werde mich im handumdrehen darum kümmern okay dann kaufen wir ihn wieder die beiden ab kaufen ihn auch ruhig mal die heiltränke ab so und hau mal weg so einen darfste noch dass wir nicht sofort wieder rasten müssen ich werde mich im handumdrehen darum kümmern so dann geben wir erstmal wieder ete ins verkloppen ich werde mich im handumdrehen ich werde mich zurück ja ha mein Ziel ist wahr ha mein Ziel ist wahr wie kann ich helfen so wieder neue Edelsteinchen gut dann drücken wir uns jetzt wieder da lang ja dieses mal aber mit hast nur zu fragen gut nacht sprich j sch so sch o das ist vor das j ich Gut. Heidränke und Gegengifte. Da sag ich nicht nein. Eine olle Schriftrolle. So, Wildschweine sind hier. Oh man, hier ist wirklich... Oh, hier unten können wir auch noch ein bisschen lang gehen. Und hier ist auch noch ein bisschen was. Hm.